Die wissen alles! Du seht's! Lass auf Begehen, lass auf Begehen, lass auf Begehen. Zwei unten. Einer Rampe, einer beim Wend in den Gang. Ich wollte gerne jetzt kurz. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Neue Runde, neues Glück. CSGO, Broken Fang, zerbrochener Reichszahn. Wieder in der Vierer Truppe. Heute wieder wild auf Nuke. Letztes mal habt ihr da schöne Runden gesehen. Jetzt auch wieder eine schöne Runde. Das sieht aussichtlos aus. Ich hab auch schon mal aufgeben, gedrückt und getried. Es sah einfach katastrophal aus. Ja, aber es wurde noch sehr wild. Sven machte den Bot an. Mirko, fliegt in Anführungszeichen raus. Ganz wild heute. Also heute ist es richtig wild. Wenn ihr ein bisschen Bock habt, dann schaut es euch gerne an. Es ist richtig witzig teilweise und kommt auf sehr coole Szenen bei rum. Wenn ihr das noch nicht getan habt, würdet uns freuen. Müsst ihr nicht. Würden uns aber freuen. Jenseits mal richtig, richtig, richtig wilder Reißzahn heute. Viel Spaß. Hallo. Mann. Halt euch jetzt aus Zeit. Weil der eine noch nicht. Damit der eine nachdrehen kann. Oh, ich dachte der muss noch pink hin oder was. Oh nein. Unser Maid ist ein ganz niedriges Level. Wohne ist es ein Smurf. Es sind hier ein Smurf da drüben. Ganz da hinten. Der hat sich die Dual Barrettas gekauft, wie die heißen. Sind die gut? Guck dir sein Smurf da an, Alter. Guck dir sein Smurf da an. Das sind Nahkampfpistolen quasi. Ich sehe ein Smurf da nicht. Hä? Du kannst doch draufklicken. Aus seinen Dings, dann siehst du es da noch. Ist das ein Opa? Ja! Hallo Opa! Cool. Erstmal Feuerschuss schalten und Ja, ich wollte gerade fragen, wir hätten die Glocke gerade umgeschaltet. Hört man das so laut? Ja. Hast du denn auch eine Glocke gekauft? Hast du denn die aufzuheben? Hä? Nein. Oh, die ich kriege ja aufgenommen. Kannst du ja zu werden. Ach so, ach so. Weil es gleich ist ein Bonus quasi. Kriegst du nicht mehr zurück? Hey, ich kann nicht mehr. Dann fang an. Botlery! Ich sag mich, Botlery macht jetzt jeden. Mach das jetzt. Oh, es geht los. Junge, die hier geblieben ist. Junge! Alle fighten daher. Alle fighten daher. Alter ist die geflogen. Die kommt rechts. Links! Ich komm nicht durch die Tür. Oh, Yannick! Was'n Handy! Krass! Ich geh runter. Ich mach Ablenkung hier. Ich mach Band Rush. Wer hat die Bombe? Du. Ne. Was du da hast? Ne. Jetzt war das Fenster hier oben, glaub ich. Ich war das. Linksschritte von mir. Also ich bin im Band. Wenn ich. Ah, okay. Der ist schon da drin. Oh, come on! Wer, wer stellt sich eigentlich immer hinter mich? Alter, es geht mir immer richtig auf den Sack. Wie geht das denn? Ich hab jemanden 178 Schaden gemacht. Und der lebt noch? Und der lebt noch? Hä? Oh, oh. Hä? Dieser TS50 ist ein bisschen weird, Jungs. Aber warum plantet unser Scheiß-Made nicht einfach? Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, was er macht. Ich glaube, das ist kein Smurf. Ich glaube nicht, dass es ein Smurf ist. Das ist ganz schön krass. Ja. Der hat nicht geplantet. Ich glaub, der hackt. Also. Ja, aber der stand der Feuer. Ich hab ihn komplett abgesapft. Gegner Blau hat bei mir immer noch 0. Also, ja, okay. Weil da der Bot gespielt hat. Aber trotzdem. Imagine. Oh Gott, warum hat er die Bombe? Ja. Perfekt. Alter, ich hab die Gegner grad 178 Schaden gedrückt. Hä? Wie das denn? Ja, hab ich halt gedrückt und erlebt. Und der hat mich dann... Und der hat dich dann abgekillt und noch einen. Dich und den... Dich und den Random dann noch. Ich glaub, der hat... Hinten den Garry durch. Na klar, also wir können auch noch eine Runde spielen. Ja, mit... Ich sag dazu besser gar nichts. Alter. Halt, Garage! Also, alter Garage. Ich wurde von rechts angeschossen, aber... Einer oben. Einer oben. Auf Pommes. Auf Pommes ist einer. Bin tot. Alter. Dieser Puller hat ein... Oh, come on. Ey! Der Wichser läuft die ganze Zeit und trifft einfach. Ja, das ist... Komisch. Imagine. Ich habe ja noch einen... Um PN an... Ahaha. Der das bestimmt richtig gut. Der weiß gar nicht, dass der Matchmaking spielt. Dach zu sehen. Ich glaub, der Dach der spielt durch. Der spielt lieber Heiden Sieg. Alter, ey. Ich drehe durch. Alter, ich spiel MP7. Fuck off. Ich spiel AK5. Und 40. Alter. Ich glaub, der wird eine richtige Klatsche. Ja. Selbst wenn, soll zu rutschen. Ja, ich meine... Ja, das, das Problem ist... Alter, wir haben noch vier Wien drüber! Nach zwei Runden Win habe ich keinen Bock mehr, weil ich dann gesperrt bin. Und nach einem Win und einem absoluten Reinscheiß-Loot habe ich keinen Bock mehr, weil der Mate scheiße war. Das ist CS. Aber man wächst doch nur, wenn man auch mal verliert, weißt du? Also man wird besser dadurch. Ich flasher mal rein. Alter, mit der Arm! Du frisst dein Paman! Wenn du dich abwarten kannst, dann... Er ist Rampe. Ah, hier falsch am Bekommen, nicht schlecht. Hä? Soll man kommt sich denn hinlegen? Kann man nicht. Da ist der auf dem Boden in den Teppich, die Schwelle lag da. Nein, zick, 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 zick! Das war super. Schade. Das ist noch jemand? Flash? Heißer Verröger, ohne alte Echte. Von oben! Fackabock! Ach, der Mate! Den habe ich 18. Ja gut, ich habe den noch, der hat auch nur 20 eben. Okay, da verkackt er jetzt noch. Er hat ein bisschen weitergeschossen, also er hat ein bisschen... Ja, genau. Ja. Der Team-Horan, Mann. Ach, Mann. Alter, life. Oh, oh. Also wir spielen, also wir spielen gerade vier gegen fünf, sind wir mal ehrlich. Ja. Ja, selbst wenn, ist halt so. Ja, das kommt dann doof. Da hätt ich über die Bot, können wir den bitte rauswerfen? Die Bot in Action, die ich spielen lasse. Ja, um useful zu sein. Please. Äh. Darf man sowas überhaupt? Ja, klar. Dafür ist die Funktion ja drin. Aber der hat mir dann eine Arcade gekauft, das rausgebrochen. Weil daraus geworfen wurde. Easy. Ich habe vergessen zu kaufen. Easy, gar nicht. Ich bin geflasht, danke für die Flash. Bitte sehr. Hab ich ja gemacht. Ich bin bei mir gekommen. Ich kann hier irgendwas, aber ich weiß nicht wo. Äh, bei A oben. Ich weiß nicht, wie das da hinten heißt. In deren Spawn, das Ding. Ja. Da oben. Oh, come on. Oh, fei. Die zwei sind... Eine bis oben rechts gleich kommen. Theoretisch. Welche lieben die Steps? Ich höre recht zu mir, irgendwas nachladen. Ja, ich glaube, die kommen überhaupt nicht. Die Steps! Hallo. Ja, die stepen recht zu mir. Ich glaube, der war am Bend, oder? Ja, die kommen gleich in der Garage. Do it. Du bist das. Alter, Alter. Fass in rein. Was? Leute, wo seid ihr? Unten. B-Ans-Bot. Unten ist B-Ans-Bot. Wenn der ist schon gleich in den Zufang. Hast du einen B-Spot? Äh, links! Hm, schade. Gerade ist schwierig. Hallo? Ich kann gerade nicht hier, gerade schwierig. Auf der gelbe Spring, Sven, dann verlierst du kein Leben. Im Übrigen. Ah, okay. Alles gut. Aber sind alle unter dir. Natürlich. Das ist nur noch 30 Sekunden. Safety-Waffe. Geht so ums ums Spawn. Ja, okay. Nein, es geht drei schaffst du in der Zeit nicht. Naja, es ist Sven. Er wird es wahrscheinlich schon schaffen. Wenn er bis dahin angekommen ist, ist es halt rumgegessen. Nicht rein pushen. Aus, Sven! Oh, der Junge, ey. Hier, tötet mich! Wirft mein Geld aus dem Fenster. Oh, Mann, ey. Da war wieder ein klasse Schatz, Sven. Ich hab mich eigentlich geplantet. Gedrückt halt, bis du das Sound hörst. Ja, du hast so früh losgelassen. Du hast eine Millisekunde noch länger halten müssen. Scheiße, bis Bomben, bis Bomben, bis Pläne kommt. Dann ist richtig. Ist halt so. Jetzt halt so. Das hätte ich jetzt die Fuse, also ist halt... Hey, du, in 5! Los, go! Was mit dem los? Nein, das ist, das ist die Scheiß-Gar. Ja, das geht aber um die Zustände. Das ist, wenn es da okay. Okay, da ist es noch einer genauer Gang. Ich hab gerade einfach den Scheiß-Bot zugeguckt und hab vergessen, dass ich die übernehmen kann. Ich drehe durch. Oh ja, ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann. Ich kann mir selber nicht helfen. Ich weiß nicht, wo? Ich hab vorbei sein. Oh, der ist unter mir. Das war ja mit einem 2, äh, 2 rechts und da ist einer. Der hat doch beide da. Schade. Oh Mann, ey. Ach, junge, junge, junge. Können wir aufgeben? Nein. Nein. Schade. Der hat doch, oder? Oh, einer ist draußen. Also, die Frage, also, Render, also, das war aber, wo wir mit dir aufgeben. Was ist los? Okay, wir noch nicht. Die, nur so. Das war eine allgemeine Frage. Wir fragen für den Freund. Genau, wir fragen für den Freund. Ich stehe gerade im Chat. Ja. Das hat Bordes direkt gestorbt. Das ist verlassend. Verlassend. Oben, auf dem Kisten, da. Wäre schön, wenn man ein Mensch nur geschießt, aber. Einer habe ich? Doch einer ist da. Also, ich bin dann checkt, das steht dann auf der anderen Seite von der Smoke theoretisch noch. Fall, bitte, die AK. Einer von, zwei von unserem Spawn aus, zwei von unserem Spawn aus. Einer habe ich noch in 67 gedrückt, damit seine Skars steht in unserem Spawn. Zwei, zwei noch. Genau. Sniper. Alter, ja. Alter, ja. Schuhe, nein, wie ist das? Alter. Wir wussten einfach so kassig. Ich muss mir kommentieren, sorry, das war zu heftig. Alter, was war das denn jetzt? Das war... Big Balls. Ich habe wahrscheinlich Spächergranate von mir. Das war Pfeilkirfall mit normalen Pocopo. Häh, schön. Ich flashrechts übrigens, also aufpassen. Doppelflash, dann regt ihr sich auf. Wo wird man zurückguckt, wenn man ist hier in die Wand geflogen, tut mir leid. Granaten werfen, genau wie im echten Leben. Auf dem Kissen. Wie im echten Leben. Wer auch immer da bei mir ist, ich brauche Hilfe. Janni, hey Janni, spring einfach runter. Wo denn, hä? 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 Fickel! Salat! Ähm, was? Ich fasse meine Liebe. Oh, es steht da rechts, 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 rechts. Alter. Ich stelle Janni. Der macht so dumme Faxen. Hast mir die gehebtet, hast mir die gehebtet. Ich bin Tothilfe. Steht immer noch hinten in der Ecke. Bei mir ist einer, bei mir ist einer. Geh links. Viel Spaß. Unter mir, ich weiß es nicht. Ja, der kommt nur zu euch dann. Oh, krass. Ja, Pommes. Einer unter dir. Genau. Falsch. Slowman? Hm, feuerreicht! Das ist mein Leben so hart, ne? Tsk, final. Ah, jezz. Der war hinten rechts. So geradeaus rechts. Der andere. Ups. Das ist doch rechts im Leben. Oder AWP. Der ist doch rechts im Leben. Oder AWP. Das ist doch rechts im Leben. Ich weiß es ja. Über dir, oder? Das ist ja keine Ahnung. Nein. Ah. 29 habe ich ihn gemacht. Das ist lächerlich. Das ist auch nicht vieler Leben. Das ist ja schon mal rechts. Das ist ja abgefuckt. Ich springe alle hinten dran. Fuck. Springen wir diese Box da hoch. Geblönt? Ja, ich auch. Das ist gut. Ich habe mich selbst geflasht und er gibt mir ein... Ach Gott. Da weiter? Auf dem Container drauf und hinterm noch zwei. Äh, what?! Der Typ hat irgendwas, ganz ehrlich. Da kannst du ja erzählen, was du willst. Wo weiter? Links dran. Immer noch. Ends ab! Digga, wie schlecht ist die scheiß Galil? Die Galil geht eigentlich voll. Warum ist die sowieso so billig? Oh, f***. Links rein. Ja, die steppen da auch. Oh ne, wieso bin ich denn der letzte? Weil ich wollte ja geholt wurde. Der kommt hoch und der hat Bock. Die haben Bock! Der kommt los. Mal wieder. Ja gut, ich stand doch direkt vor ihm. Also natürlich nur noch, was kommt der da. Ja, aber der, aber der eine Leiter, oder? Der war der Typ, der... Oh, der... Nein, ich hab den Bot, die... Aber da kriegt er noch einen Assist davon. Gar keinen Bock mehr. Ich geh nämlich mit den Assist. Alles für die Stats. Fresslich. Oh Gott, Yanni, mach mal mal. Ja... Sven, nimm mal das Messer in der Hand am Anfang der Runde. Da bist du schneller mit. Ey, das hab ich noch... Das hab ich noch nicht einmal gesagt. Ja, ich bin aber dann immer vorher mit dem zurück wechseln. Es ist der No-Scope! Okay! Dein Problem 2. No-Scope! War of T-Range! Fand jetzt auch ein bisschen komisch gerade. Und danke auch an... Eins, auf! Pass auf, zwei Leute kommen da! Nicht mein Problem! Nicht mein Problem! Ja, du Pissenelk! Hat er mich nicht gehört? Alter, das ist eh ein No-Scope. Ne, ja, gerade schon ein Wallbank eintrieb. Ich weiß nicht. Ja, bestimmt auch mit dem No-Scope. Hey! Ey, cool, weiß doch, wo ich bin gerade. Hm. Es ist einfach lächerlich. Runterkopf! Ja, No-Scope! Ja, No-Scope! Der hat sich bestimmt eh, wie diese Fadenkreuze wie auf seinem Bildschirm geklebt. Ne, es war einmal, dass der No-Scope ist ja nicht genau in der Mitte, als ich weiß. Mhm. Ich meine auch nicht. Der Typ ist wieder frech... ... unterwegs. Und weißt du? Mit dem Türken-Kaffee-Lobby ist es wieder schon wieder. Also, wie Trill jetzt sagen würde. Uch! Ah, jetzt wieder ein No-Scope kassieren, gar keinen Bock. Au! Ja. Klar, bang hier einfach durch die Wand. Außen ist frei. Bist du? Der No-Scope! Der No-Scope auch! Botjani! Rette dich! Weiß ich nicht. Es ist einfach... Mach uns gleich in die Bruder oder so. Speedrun! Hat Botjani gerade ein W gemacht und hat niemand ihn übernommen? A oder B-Black? Ich wollte ihn übernehmen, aber ich kann nicht. Ja. Alter! Was ist zum Plant A oder B? Und ein B. Oh, shit! Pass auf, zwei sind auf jeden Fall. Ich weiß, ich höre es an. Flash rein. Null. Ach ja, der T-50-Typ, No-Scope auch. Ja. Der T-50-Typ, No-Scope auch. Ja. Der T-50-Typ, No-Scope auch. Ja. Der T-50-Typ, No-Scope. Ja, nein, ist einfach Flashen, Leute. Damit haben wir bekommen sie nicht klar. Hm. Hm. Kassierst du einfach trotzdem No-Scope. Ist mir... Die No-Scope bringen auch selbst die Flash und so. Schießen einfach rein. Hm. Guck das nochmal. Guck das nochmal. Es ist lächerlich! Auf was für eine Range, No-Scope? Ich hab ihn angeblich nicht einmal getroffen! A oder B? B und... Plant A ist sehr gut. Ich komm mit meinem Leben drauf. Als ob, ey! Alter! Dieser Polar, ich hasse ihn. Komm jetzt vom Band, wahrscheinlich. Oh Mann, nee! Los, komm! Komm! Also der hat mich jetzt insgesamt viermal geholt, oder so, und davon waren... äh, waren drei noch... Alter! Mich kann man aufgeben? Ich hab nichts Gefühl, dass es so Sinn macht. Na ja, kann man nicht. Ich sag's, man kann's jetzt nicht sehen, ob das jetzt wirklich Leute sind, die Legend spielen. Man, das war jetzt nichts dabei, wo ich denke, okay... Ja, du musst zwei, 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 zwei melden. Ja, hab ich schon getan. Hat ihm nichts. Ich wahrscheinlich auch schon 10.000 Mal gemeldet, dadurch, dass... manche Leute denken, ich hab irgendwas. Ja, aber das wird ja überprüft. Bist du... Einer noch da? Garage noch einer. Nein. Smog rein? Durchsmog nicht rein? Wer nicht gespoked? Weiß ich nicht. Ja, aber der war Ablenkungsmanöver. So ist der, der ist tot. Da ist noch einer! Da! 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 Nein! Und zwar noch einer! Nein! Ich hasse mein Leben! Wo war der? Einer war Heaven und einer direkt an der Kiste in der Ecke. Also direkt um die Ecke rum. Also hier oben Heaven oder wo Heaven? Ja, genau. Ja, rechts um der Leiter direkt. Ja, ich hab mir Full Flash von... Keine Ahnung, ich hab nicht mehr hingeguckt. Ich hab nach oben geguckt, das heißt, ich muss über mir gewesen sein. Der hat keinen Sinn. Digger, also wenn ich jetzt wieder sehe, dass ich hier ein Bot übernehme, der eine scheiß Sniper hat, ne? Dreh ich später um mich. Minus eine AK. Oh, die liegen beide oben, perfekt. Heaven? Ich lebe noch eine, ne? Ja. Ah, das ist der, der am Anfang muss aufkommen mit der Pistole. Fett. Nice. Ja, nice. Mirko, darfst du den ganzen Bot spielst? Machst du den Bot ganz schön viele Kills ihn jetzt zu deinem... Ja, das ist lächerlich, ist das. Du wirst den Bot ein bisschen leveln. Ja, so ein Ding ist das. Ich weiß hier nur, nur krasse Sachen, ich treffe keinen einzigen Headshot. Nicht meine Runde. Da sieht man dann gerade an der Statistik. Ach, schon Mirko, Flash. Oh ja, gut. Der Flash, gerade auch, der Asche. Gerrit. Diesmal geschafft. Ein, einer macht die Runde. Oh, oh, Oben auf Gericht hat auch auf. Einer umnah ne. Die haben Katapult gemacht, die haben Katapult gemacht, die haben Katapult gemacht, die haben Katapult gemacht. Dann blind ich den nicht. Der habe Katapult gemacht. Warte, wegser. und da oben und helfen bei den mann hinter uns oben hinten oben bei denen ist immer noch geld oben drauf kann dem aber immer von geld schon da mann bitte wenn man von hinten und ist auch wenn du die Städte ist über ihn ja so rein machte machte alle klar und Oh, ich will hier nicht er... Fall, überhol mich mal, ey. Warum? Ich will hier nicht erster sein, über so eine Runde. Ich will über so eine Runde nicht erster sein. Wieso? Also, es ist krass. Nee, das heißt, dass wir ein Problem haben. Okay, außen ist okay. Einer am Wind! Einer am Wind! Oh, die wissen alles! Du seht's! Lass auf pegen, lass auf pegen. Zwei unten. Einer Rampe, einer beim Wind in den Gang. Botjani ist tot. Botjani war auch den nicht. Genau. Da so. Mirko, einer war links, Ende des Ganges und einer am Wind. Ja, okay. Einer war da unten, genaufalt. Bombe-Liga-Vierfall-B-Spot. Na, geil. Und der andere war Rampe vorhin. Aber das ist... Schade. Also, einer war A-Spot gerade, von denen. 65, du mit zwei Treffern, Alter. Ich hab da andere kommt. Das ist aber das Problem. Ich hab hier über die falsche Waffe dabei. Wir sind Steps... Also, was sind zwei? Geil. Diese Granaten in diesem Spiel fliegen so weird. Oh, jeeser, ich bin hier offen. Oh, Mann, ey. Ist doch dumm. Ja, geil. Verdient. Verdient. Body knife. Endlich, danke, danke, Falf. Nein, ich hab mir die Galil gekauft. Wer will ne Galil? Kannst du mir geben. Oh, SSG. Och, nee. Äh, Yannick, willst du mir denn... Obwohl, ja, nee, ich hab's drauf. Oh, ich hab jetzt ne SSG. Oh, ja. Hier, Sven, ne Sniper. Will ich nicht haben. Nimm, was du kriegst. Du schießt die Galil? Ganz normal, oder? Ja, komisch. Die Waffen haben für sich geschießen hier jetzt. Oben. Ich bin so blind, Alter. Fuck off. Flash. Hauer. Och, come on, fick dich. Ist Heaven noch? Ja. Wie hat Heaven das überlebt? Hoppla. Heaven down. Einer ist für uns bespawn, auch. Sein ist die Einzige, der letzte. Nein! Scheiße. Ich bin nicht einmal getroffen. F. In den Chat. Es ist Zeit, alles umzudrehen. Das ist ja eh ne Art hier, mein. Sehe ich genauso. Oh mein, ey. Das ist mal weg von der USP Saarland. Ganz krass, ich gut die Nosegup. Was kommt? Natürlich. Die USP nicht besser als die andere Pistole. Ich finde, ich komme besser mit der Glock, klar. Aber auch nur wegen dem Feuerstoßmodus. Was? Ja, gut. Nein, oh Gott. USP ohne Scheiße. Ein ISP besser, sagst du so. Eigentlich ja. Nein, ISP die Beste, eine der Besseren, bis von. Okay. Einer ist links außen. Für Profis ist es gut, aber ich will kein Profis. Oh Gott, ohne Hilfe. Ja, durch den Headshot. Polar Alem, da hast du es gut gemacht. Oben. Also A. B, glaub ich. Oi, B, B. Ganz bei uns, Heaven. Boah. Yannick. Was denn? Du bist erschrocken. Ich stehe hier doch nur. Weißt du, er steht da gar nicht. Oben, Heaven, Heaven, Heaven. Ja, echt. Ich bin right, Heaven, du. Tut mir leid, ich hab's nicht mit mir. Ich hab mir gar nicht geredet. Ähm, wurde gemessert mit Wurkband. Okay, das war witzig. Okay. Wenn die nicht solche Arschlöcher, hätte ich jetzt noch ein XD da gelassen, aber jetzt, aber so nicht. Ja, sicher. Der hat drei Gegner gemessert, diese Runde. Und überlebt. Ja. We are noob. Ah, ja. Ah, okay. Können wir jetzt auch geben? Ne, können wir nicht. Weil keiner das Spiel abgebrochen hat. Soll ich abbrechen? Äh, also von mir aus. Ich zieh mein LAN-Kabel gern. Ja, aber wenn du den LAN-Kabel ziehst, dann kriegst du erstmal ja noch die Zeit, um wiederzukommen. Ja, dann brech ich dann ab. Ja, aber dann kriegst du ja auch ne Sperre, das ist auch scheiße. Alter, was ist der Bot? Was macht der denn? Was soll jemand durchlaufen? Ja, dann war der Bot die ganze Zeit leider. Das ist das Problem. Alter, ist der Bund lost. B weg, das ist ja egal. Was ist? Ne, Janik sagt ja, wegen Sperre. Warte mal, wer hat den Band denn? Weiß ich nicht, da ist ein Gegner. Einer bei B, der ist jetzt pro Stage. Gegner gut sind. Nice. Habt wacca. Hey, die waren doch hier oder nicht? Nice, Miko. Nochmal 300. GG. Wo seid ihr? Alle bei B oder? Ich bin im Band. Ich auch. Ähm. Sven, ey. Das war ja keine Platzleistung. Stand mitten vom Wendeingang. Und ich kam nicht weg, weil Sven mitten in mir steht. Sven hat den Elevator gemacht. Hallo? Ich hab grad irgendwo noch Steps gehört, aber da lebt keiner mehr. Sven, Sven machst du jetzt einen Poster-Move? Nein. Ach, deswegen. Nicht mich. Der Elevator war aber nice. Ja, der Elevator war aber nice. Der Elevator war aber nice. Aber man kann schießen und gleichseitig hochfahren mit der Leiter. Mega nice. Der Elevator hat mich trotzdem mit Kek. Hätt ihn dann gekästert, dann wäre er einfach weiter. Der hätte das vollendrug gemacht. 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 Wer will hinter den Container geboostet werden? Nö, nö. Perfekt. Flair, oh, sorry. Die Waffe kann ich nur nicht lösen. Sven. 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 Fahrstuhl. Los. Katapult. Du hast Angst, einer oben drauf. Die hab ich auch gebraucht jetzt. Oh, dann. Ganz hoch. Ganz hoch. Ich bin ganz hoch. Nice. Hab mich sogar geholt. Aus. Noch mehr Sven. Mach die. Tu es. Jetzt. Hä? Ich kann doch nicht mehr. Ja. Weiß was. Ich guck für dich. Wo sind die denn alle? Weiß sie nicht. Also bei mir sind auf jeden Fall ein oder zwei. Okay. Kommst in die Punkt. Einer kommt ja auch durch, glaube ich. Also der weiß auf jeden Fall, dass ich hier bin. Na ja, ich mach den weg. Falsch haben wir kommen. Das war nicht gerade wenig. Call ich, ne? Miko. Geil. Bleibt da oben Sven. Sven ist noch eine Arbe. Ja, da kann nix. Hör ich nie nachladen? Ja. Soll ich nachladen? Ich kann nicht. Du, das ist der beste Typ, die Kriege. Steht da oben. Ja. Kommt, wer kriegt den? Gar keiner. Aber schenke ich alle losgefunden. Ja komm, das ist das große Mal violett. Die machen wir. Nein, ihr müsst mit dem Messer. Ich hab ihn. Ich hab ihn. einen Spot von denen gelaufen und hab ihn da rausgefischt. Nice. Geil. Sven nochmal. Das war auch so komisch, wenn wir da laufen. Ich hab ne scheiß Toys gekauft, die will ich gar nicht. Sven beschloss die Toys. Die tasern, jawohl. Miko wird ohne. Geil. Komm. Sven. Sven. Füll Gas. Sven. Füll Gas. Sven. Do it. Do it. Heut noch. Hä? Oh, warte. Heut noch. So. Ja, ich konnte, ich konnte nicht raus springen. Boah, dieser scheiß Spot alter. Ich bin blöd. Sonst hast du, hast du, hast du keine Probleme mich zu bespringen. Was ist aber jetzt? Ich bin weggestochen. 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 Okay. Hier der Bot wird einfach so weggestochen. Warte Gott. Ah, ich bin frei. Da in dem Augenblick. Ah, es ist ... Wendt ein ... Wendt ein ... Wendt? Nja. Willst du safe oder was? Nee, der kommt nicht an. Ah, safe. Ah, safe. Ich halte auch. Außen sind die? Okay. Das ist vielleicht auch B, oder? Das B ist ja... Aber Bombe ist außen. Na, also kann doch alles passieren. Ja, einer ist ja auch nahe laufen mit mir. Die sind B, also einer ist gerade hochgelaufen. Ah, ja. Einer kommt dann außen und einer ist dann durchwenden gekommen. Ich verkeh' dich voll. Aber langsam. Oh! Mama! Bombe. Fall ist es. Ich darf dich melden falsch. Setz dich doch genau auf die Bombe im Band. Und dann no-scope, die einfach alle wie TS-50 und sowas. Ja, aber da kann Tropfen auf zwei wegkommen. Nee, das ist ein Z-P-Mir nicht. Setz dich da einfach die Ecke. Yikes. Danke. Kannst du mir die AWP mitnehmen? So als Weihnachtsgeschenk. Aber hier kannst du gehen... vor Weihnachtsgeschenk, sagst du. Ich kann dir auch eine andere coole Waffe kaufen. Ohne Sagen. So. Boah. Nice auf die EAT. Nice auf die EAT. Sven, nochmal? Ja, nochmal. So lange, bis es nicht mehr klappt. Genau, bis es nicht mehr klappt. Also jetzt. Oh Mirko. Was macht die überhaupt? Ich boos das, wenn du auf die Kisten. Heut noch. Heut noch. Heut noch. Jo. Heut noch. Boah, Svenny. Wie ist das? Und Yanni hat ne AWP, Jungs. Ja, Yanni macht das. Ja, egal W. Aber dann müssen es zwei. Okay, A. Yanni geht A hoch. Mal gucken, er steht in drei, zwei, eins. Ich habe schon geplant. Ja, auf A. Auf A? Ja. Sag doch mal was. Habe ich doch. Wann? Ne, ich würde, also bei mir ist vielleicht ja, ich würde nicht einfach los, aber wenn man hier bekommt. Bumm. Einer. Also nicht blockieren, danke. Oh. Ah, der kommt von anderen an. Ihr macht den. Oh man. Oh man. Oh man. Egal. Ich mach zwei A. Okay, sonst bringt nichts. Pfeif willst du noch ne A? Pfeif willst du noch ne A? Pfeif? Ich steh da einfach. Diffuse. Senkt mir nichts dabei. Hoffen wir mal, wenn die A. Okay. Sven. Hat geklappt nochmal? Ja. Alles klar. Wenn ich über A kommen will. Ja. Okay. Sven. Wir haben Angst, weil du da oben sitzt. Weißt du? Warum fliegen die so grad Bananen irgendwo? Weil du läufst. Ich glaub nicht. Ich bin echt ein Ding. Boah. Oh Sven, du brauchst aber zu lang. Ja ich komm nicht auf den Raum. Mit Steuerung musst du springen ne? Mach ich ja, aber dann runter. Also spring ich nicht. Nein, das ist ja nicht mehr Steuerung. Ja, aber Leertationensteuerung. Das Springen hat er schon gemacht. Das ist ja nicht mehr Steuerung bei ihm. Achja, Maustaste Sven. Achja, aaaah. Sven nee. Ja, nee, ey. Ja nee, ey. Muss ja, der war auch. Muss ja der Bruder dir alles erklären. Hehehe. Gombi. Weiß ich nicht wo die ist. Heu. Hätte ich meine gute Waffe gekauft, nur so. Gertig. Sorry. Hey, Myko schulde uns die. Erdung gestellt. wenn du die Runde holst, ist es wieder okay. Aber kein Schluss. Korl sagt weh. Ich glaube auch. Nein, das nicht! Pommes! Ja, geil Mirko! Mirko hast du wiedergemacht. Schaffst du doch einen Waffenwechsel? Nicht nur einen. Das ist gut. Das ist der erste CT. Okay. Nicht jinxen bitte. Das ist ein Fakt. Ich kann nicht jinxen. Was ist ein Fakt? Ich kann Fakten nicht jinxen. Äh, Veit, ich werf mal ne Fleisch. Ich auch. Mal gucken, wie weit hoch die fliegt. Du hast zwar nicht gebliebt, vielleicht. Ja, ich seh gore nichts. Damit rechnen Sie nichts mit. Damit rechnen Sie nicht! Lef mir doch einmal! Lebt oben noch, lebt oben noch. Ich weiß nicht, wie low der ist. Weil nicht ein volles Leben für ihn war. Was ist denn? Was ist denn? Geht doch ab. Ja, einer ist durch. Die Tool-Sets haben wir das nie gesehen, aber okay. A durch. Die ist ja ultra weird, alter. CT Spoon. Der ist immer noch, immer noch wieder oben. Äh, wieder oben. Nein, ich bin weggestochen! Was? Hast du nicht gerade noch gelebt? Nein, nein. Oh, ich dachte, du hast noch gelebt. Warum hast du denn nichts gesagt? Hallo. Hä? Er hat nicht gesagt, dass er tot ist. Ich hab mir nicht gehört. Egal. Ja, nix dich. Mann. Ich wurde einfach weggestochen drin. Scheiße. Hallo. Janik, soll ich dich da hochboosten diesmal? Nee, das hochsehen nicht mehr. Das ist okay oder nicht? Sven, er ist komplett kaputt. Was? Wie klingt's nach A? Bisschen, wa? Bisschen. Ich klingt sehr nach A. Mhm. Ist der Tod? Ist der Tod? Ist der Tod? Ist der Tod? Ja. Der Tod. Hilfe! Ava? Oder Ava? Alter! Der Tod. Der Tod. Der Tod. Der Tod. Der Tod. Mach einfach mal ein Stück zu. Ah! Er ist ein Event. Ich bin ein Event. Er ist ein Event. Also unten heißen die wir schon auch wanted. Aua! Genau in dem Moment, wo ich weggeguckt habe. Was geht bei Äußern? Das muss aber auch krass sein, weißt du? und gehst in so ein gebäude rein und das ist die tausende mit dem ball ist reingegangen hat in hand und dann liegen die dann stehen eigentlich ist die usps eine ganz schöne waffe vom aussehen her aber die spiel lässt sich scheiße spielen wie die salen hast du gesagt flash 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 es mir welchen wendig ist schon wieder durchgelaufen event kommt die auf b oder nee der art zu sein nein ja nie wieso für so viele steps hat triggert mich durch er wird wieder genau das glaube ich drehe durch na gut er hat auch gefühlt hat er ganz matt in den vergangenen rolling stone hat absolut los das ist ein b oder keine ahnung weit so b ja alles frei oh ich gehe durch die wend da war der Messermann aber machen wir machen wir das war es ja es war es ja auch da ein k k wir waren dabei wir waren dabei h 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 machen kein s h h ин h h h h h h Ich geb den mit mir, Ali. Svesh, pass auf! Svesh, pass auf! Sven hat gesagt, pass auf! Sven, pass auf! Er hat nen Reifen verloren. Noch einer. Ja, aber ich hab in den Wend rein. Komm Sven, wir machen's. Sven, wir tun's. Bei mir ist noch einer. Wobei die jetzt noch reinkommen. Bei mir noch zwei. Ich werd schon wieder abgestochen. Soll ich's mal bewegen, ja nicht? Ich weiß nicht. Wer läuft, Sven? Lauf noch vorne, komm. Wer läuft vorsichtig mit vorne, komm. Nein, Sven, da war's mit deinem. Ach so. Ne, jetzt ist's. War ah, oder? Boah, Sven, ist's? Der heckt. Hä, ist's gut. Ich hab's gut, ich hab's vorhin gegeben. Bench! Hinter dem Wendt, rechts neben dem Wendt. Er kommt! Nice fight. Fight, das ist's. Oh! Warte, wie der da! Und wie der da sitzt! Mega nice! Jawohl, jetzt fight noch krasser. Jetzt hat er das Skin drauf. So. Der Skin mich krass macht. Das Wetter machen wir nochmal. Das war geil. Okay. Das machen wir jetzt. Weißt du? Wir haben zwei zum Glänzen und zwei für die Unterhaltung. Weißt du? Okay. Und Bodjani gibt Entwarnung, weißt du? Der, ähm... Oh, Bodjani! Stell mich nicht weg! Sven! Hintflossen! Nein, weiter links, Sven! Ja, alles klar. Bei mir wieder. Bodjani, mach das! Ich werde dir gleich schon wieder... Ich werde dir schon wieder abgestochen! Okay, ich glaub wir können. Langsam vorwärts, Sven. Langsam vorwärts. Langsam vorwärts, Sven. Langsam vorwärts! Okay, wir wissen. Okay. Bitte nicht blocken, danke. Ich bin alles, die einfach durchwischen. Mir muss vorswenden. Jaaa... Will ich ja auch gerade. Kann ich aber nicht, weil ich die ganze geblockt werde wie ein Stück Scheiß. Okay, wir sind frei. Diffuse! Hinter euch! Hast du den? Good job! Ah, Diffuse! Jaaa, Diffuse einfach! Mach mal! Ich dachte, ihr wart das! Nein! Let's go! Bestimmt Bandball, oder? Ah, nee! HIEHIEHIEH! Okay, easy! Alter, Horrorfilm! Ich bin auf dich drauf! Drück den Maus, das! Ich bin auf dich drauf! Ja, drück den Maus, das! Jawohl! Habe ich! Ich glaube, unser Beutel nicht steht. Könnt ihr vielleicht bitte auf A kommen? Einer zumindestens? Achso, die sind halt außen, ganz außen durch. Ja, einer macht die ganze Zeit bei mir die Scheiß Tür auf und zu! Cool. Okay. Ich glaube, wir müssen uns bewegen. Digga! Pass auf, jetzt mal. Oh, kommt schon, ernsthaft? Wir machen die Krabbe! Alter, ich bin ja noch auf, war! Alter, was ist los mit mir? Sven, wir rattern und wir bumsen und wir... Lalalalalala! Alter! Was ist denn hinter uns?! Ja, nee! Was ist denn los mit dir? Ich muss mit dir! Wir verlieren die deutsche Sprache, dafür entländ' ich aim dazu! Geil! Also, ich kann kaufen, wenn ich jemanden brauche. Ich habe eine Köder gekauft. hier ist ein bisschen rein weil wir können die bot übernehmen die sofort theoretische ein botnen botnen bot wer kann man nicht was kann jetzt von jenny und die bison ok b ist noch nichts wieder das ist nicht nix im blick also b ist keiner durchbruch überwarten auf jeden fall nicht okay mir gestaltet wenigstens wieder eine pommes wo ist der mittelgang auf a also dann habe ich mehr zeit zu auszeit haben wir easy mit zwei leuten ziemlich gekämpft oh man leute bitte kommt heute noch oh mein Gott da ist mir komisch hier drin ok eins Sven heute noch sechs fünf Sekunden let's go oh ja wilde runde auf jeden fall nehmt ihr das eigentlich auf? wir streamen das gerade und wenn es gut ist kommst du auf youtube nochmal perfekt können wir nochmal auszeit nehmen bitte ja wo ist Sven ich bin auch wieder drin go apart schneller Sven heute noch aber mich steht nur 64 Sekunden 5 5 4 3 Sven 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 nein ok 10 Sekunden ja wo ist Sven schnell kaufen Sven kaufen 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 er hört uns nicht achso ne aber wie machen wir das nochmal V B N kaufen let's go Sven hat nicht gekauft Sven läuft schon gegen die Wand nein nein Läuft Mirko nochmal? Mir läuft nochmal ok ich hab auch nie gekauft scheiße mmmm sorry ok wir sind nach draußen los was ist das für eine Runde Einen hab ich ich hab Mirko gerettet aber weinen klappt das Discord nicht mehr wird sobald ich einen gibt auch noch wo ist das? jawohl mein disco funktioniert auch mal wieder Fein weinen rechts einer rechts einer links 2 2 2 ok was gehts Mirko kommt jetzt nach der macht Band Mirko kommt Band Achtung Zeit nicht dass du nehmen hast Discord alter ihr habt was fertig gemacht ne wir haben die Runde euch über uns geholt deswegen alter weißt du CSGO gar kein Problem aber Discord Discord schnauzer schnauzer die müssen auf Ton hören die haben die Bombe noch nicht oder? mhm liegt ja noch ich werde die Leiter nur verteidigen nur verteidigen easy wo war das? keine Ahnung außen nice ja ihr habt auch beide meine M4 nice kein Wunder dass wir gewinnen ne wir können nicht mehr verlieren come back let's go zum kack ey alles gut also ohne euch haben wir nur 100% Winrate gegen die Loser wow das hätte ich nicht sagen dürfen warte ich hab schon nubs reingeschrieben ist mir egal von so von äh von äh Großmaul zu oh wir können nicht mehr gewinnen ist schon ist schon nachgewürdig ne brauchst nicht oh Jani 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 ah die gehen immer über A oder? ja das geht wieder danach soll ich hier spielen lassen? vorgast werden vorgast werden alter drei Lobby alle Lobby alle Lobby alle Lobby also wir kommen zu B Rampe ich war so oft drauf ja ich hab nur jetzt gelandet ich brauch Hilfe ich kann das hier definitiv nicht allein machen fein los vorgast ihr seid hier nicht ja drei sind auf jeden Fall B der geht wahrscheinlich unten drei waren B Lobby mindestens war deine? ja das sind zwei nice nice und der andere war Runfood nice good job die Baum ist hier oder? ja Baum liegt hier bei uns verteidigen Leute easy einfach verteidigen denn ich bin für die müssen bestehen ich bin der ja ich bin ich bin aber das kam aber trotzdem geil ich glaube wir trotzdem ist hier ja toll die ich nicht öffnen will wir haben gönnt euch lächerlich aber mega geile runde das heißt telekom aber dann war richtig geiles comeback dennoch ja mega nice ich stehe in die hier neutral 22k bestrunde meinst liebens